Kennen Sie schon die P&P-Kaffee-Bar in Esslingen am Neckar? Nicht? Dann sollten Sie schnell mal reingucken! In unserer Sportsbar übertragen wir Fußballspiele, veranstalten wir Dart-Turniere und haben ein Rauchercafé für Sie. Egal ob Sie gemütlich an der Bar sitzen wollen oder ein wenig Action erleben möchten, bei uns sind Sie immer richtig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!